Willkommen zu ner Runde Infinite Warfare Zombies. Yo Willard, hör auf mit dem Quatsch! Nur zum Teufel sind alle! Echt jetzt! Während meiner Wache wird niemand in Quo- Da nochmal rein. Audio. Da muss die Lautstärke dann leider noch etwas runter, weil sie so ums Tisch steht. Schwarzen umbringen! So! So, ja mal bitte den Strom, ja ja! Hallo, wo bleibt ihr? Ja! Hallo! Dann ziehen wir schon jetzt. Oder dieses Mal noch einer. Was ist schon ein Horrorfilm, wenn dabei keine schönen Leute sterben? Also ist jetzt sterben gesagt! Ey, was los mit mir heute? Wegen eures Talents! Ich hab' ich euch nicht ausgewählt! Egal! So! Kleister bitte! Heyo! Vernageln wir ja alles, Mann! Dachte ich mir doch, dass du da rauskommst! So! Ich will mein Gewinn den Gold werden! Ich will mein Gewinn den Gold werden! So! Ich will mein Gewinn den Gold werden! Und wir nehmen! Und wir nehmen! Frau Bollern wir doch hier noch! Wir sind! Moin! Immer da! Ja! Ja! Wap, 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 wap! So! Ja! Wap, wap, wap! Wap, wap! Ja! Hallo, wie geht es Ihnen? Hier kommt die Munition aus. Ich suche besser welche. Die Grenzen halten die Horden ab. Guten Tag. Geh raus. Hauptstraße, yo. Oh, geil, Radio. Oh, yeah. Ich habe gerade einen Radiorekorder gefunden. Ich werde das Teil aufregen. Ich hoffe, ihr braucht das Ding nicht. Denn das bleibt den ganzen Abend schön auf meiner Schulter. Okay, 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 okay. Ich habe was für euch. Ein Roboter-Kopf. Läuft irgendwo ein kopfloser Roboter rum? Lass doch diesen albernen kleinen Roboter. Er steht nicht... Ey, zeig mir, was du drauf hast, Neil. Das habe ich mit zum Toxen sehen. Ja. Okay. Ja, Mann. So. Icepick forever, baby. Eine Kleinigkeit für später. Die Nummer eins. Ja? Halt die Knarre aufzurüsten. Du hast ein Knall. Rotes Lach im Kopf. Was sagt das? Muss ich gleich mal. So. Achtung. Alles nicht. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Die Nummer eins. Ach, komm schon. Wir kijken. Ja, lass uns spielen. Ja, spielen. Spiel ist da. Ja. Hallo. Hallo. ja Wuh, jetzt fühle ich mich super cool. Ja, so. Ich bin schnell nach 8. Ich bin auch für Kempel gerade so richtig. Realpieren. Oder direkt direkt unbezahlt. Und das geht auch. Das sieht aus, als sollte ich es mir aufheben. Hast du manchmal dieses seltsame Gefühl, dass du das alles schon mal erlebt hast? Was das fiese ist, ich will jetzt nicht... Ich glaube, hier die Clowns kommen oder sowas. Ich kann das nur... ...am Bildschirm erkennen. Naja, immerhin. So. Ach. Ach. Schuh. Schuh. Wuh, du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Und um Waffe. Du. Baut. Der Berzikon. Hört euch hier genau um. Und wo dann zählt schon mal ein Jugger? Ich habe mal eine Kugelsichere Weste für Zombies. sie ganz gut die weg so ein ich hatte später so ein Dreck auch er hat die Knapp aus dem Wissen Moin wieder Löcher in der Rübe ständig dieses Hirn und wo sie grünzen wie belustig sind Heyo! Vernageln wir hier alles, Mann! Na? Das ist jetzt mal so weit. Kommen diese dreckigen Killer-Crums? Huh? Nein... Warum kann es nicht noch ein Gerät? und endlich munition ihr wichser große hölle gehört das hin komm im block so schau mal sein wir wichser so mal schauen ob der teufelrecher vielleicht da ist ja klar so ja da laufen jetzt doch noch mal ganz ein nur um diese eine minze die 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 Mein Rhythmus ist extrem beschleunigt. Ja, Mackie. Und... Das Katarleben. Ja, yo. Das war cool. Weg für... Oh, perfekt gemacht. Uno. Das geht nicht. Zerlegen. Ja, jaja. Verragen wir das mal. Deine Seele, es... Nirgendwo. Es ist schön, wenn du jetzt weißt. Ich warte an sich. Zeig ein breiter an den Fenstern, die Kerle aus dem Block raus. Wenn du springst. Und dann auch die Nutzung. Ah, so ein Dreck! Und dann können wir auch den Nächsten aufmachen. 3,2 oder 5,0. Wir müssten auch eigentlich alles haben. Ok, 3,2,3 Riesen für Stunden. Ist ein Weg raus aus diesem Ghetto? Moin! Da sind wir immer noch lieber als C4. Ja, was hält die Knarre aus, du? Ja, ich war ja. Du übertreibst es auch! Ich hab total Bock aufs Portal! Und... Eine Spielhölle? Haha! Aber das ist cool! Moin! Und... Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich mach das! Toll! Wuh! Kommt, verkuscht euch! Hier! Geh weg! Oh, Mann! Gerade als ihr dachte man kann, wenn man sonst geht, ist das so gut! Und nach für mich das Licht! Hoppala! Da bin ich! Da bin ich! Das ist nicht zu live! Also im Prinzip ist das hier noch nicht mal was anderes. Das ist dann doch schonmal... Hm... Das hebe ich mir für später auf! Das ist auch... Ich hab mir keine Ahnung, ich hab mir nichts mehr zu tun. Die Bühne ist bereit! Okay! Ja, komm! Das ist... Du bist ein Weg, Professor! Du bist getter aus! Aber das ist noch nicht so glücklich! Das war schon so glücklich! Der ist noch nicht so glücklich! Ach! Ich habe's zu tun! Ja, meine Jährungs an alle unsere Kadetten, die da unten auf den Graus am Rheinland und Spaceland aushaben. Die Mächtigen haben wohl in den Krieg, das ist so weit schafft. Ich weiß nicht, dass wir uns auf den Krieg gehen. Die Mächtigen haben und das sind die Mächtigen. ich bin ich bin die muss legendär sein ich bin ich sagte gut die die das ist das ich das blick das ist ja cool ich fasse auf euch auf wenn es regnet wir sind jetzt gegen Regen geschätzt ja, richtig gehört gegen Regen was auch sonst hey, was zum Teufel das sieht aber ganz anders aus als ein Sternbrück Stop it! Oh, das ist die Bad Cone! Ich hab' mir was worauf wir aufbauen könnten! Kommt noch wirklich davon, wenn man Ewigkeiten nicht spielt wir brauchen eine Zombie-freiheit-Zone! Zombies bebleibt ihr ich hab' da nicht ich hab' da nicht ich hab' da nicht voll, das ist ein Arsch dann! hey, die Welt! du Stürft euch, wenn du spätestens am Aktionen wachst 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 wie soll ich es sagen? es gibt es zum Tod das kauf ich bin da nachdem ist ich habe viel zu lang gespielt Ja, muss ich erst ein paar Hunde spielen, damit ich ja richtig reinkomme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, auf datenfall. Das ist ja absolut eklig. Und dann ist das Schwäche von mir. Komm schon mal. Er kommt wirklich. Ja, was soll's. Nach einer langen Zeit dann ist man halt einfach nicht gut. Ist eben so. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zusehen. Und ja, schaut mal nächstes Mal wieder an.